Moin Leute und herzlich willkommen zu Schicksalsschreiber Rokalo Mythisch. Ja, heute sind wir wieder im neuen Patch 9.1 Raid Sanktum der Herrschaft unterwegs und wir gucken uns diesen Kampf grob an auf Mythisch, damit der grob wisst, wie der funktioniert und was wir machen müssen. Das ist übrigens der 8. Boss im Raid Sanktum der Herrschaft von 10 Bossen. Und ja, am Anfang macht man nicht viel, da zieht man seine Cooldowns rein. Und aber kein Kampfrausch, ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen hier in einer Sekunde die ersten Bomben. Mit diesen Bomben müsst ihr einfach rausrennen. Ihr müsst damit irgendwo alleine stehen, nicht in der Gruppe stehen. Und ihr seht jetzt einfach raus damit, irgendwo seitlich raus. Die nächste Mechanik ist, ihr seht, der Tank in unserer Gruppe ist hier rausgesprindet mit so einer schwarzen Fläche um sich herum. Das bedeutet einfach, umso weiter man vom Raid weg ist, desto weniger Schaden bekommt der Raid, deswegen so weit wie möglich weg. Und aus dieser Explosion heraus, aus dieser Tank-Explosion, erscheint dann das Schatten des Schicksals. Die nächste Mechanik ist dann hier Runen. Ihr müsst euch quasi in die richtige Rune reinstellen. Ich stehe hier in der richtigen Trinne, weil über mir ist so ein großes Schwert, nenne ich es jetzt mal. Und jeder muss halt in einem gewissen Zeitraum schnell in diese Runen rein. Das ist die mythische Mechanik, dass man da quasi schnell drinne steht, vorausgesetzt man ist davon betroffen. Und man muss halt auch in der richtigen Trinne stehen. Und die richtige ist dort, wo es so richtig krass drüber leuchtet, mit so einem fetten Schwert, was man eigentlich nicht übersehen kann. Aber kann man trotzdem mal durchaus übersehen, wenn man halt, äh, ja weiß ich nicht, würde sagen, wenn man ein bisschen lost ist oder halt gerade irgendwo anders hingeguckt hat oder gerade schläft oder sonst was macht. Kann man mal übersehen, sollte man aber eigentlich nicht übersehen. So, dann ab 70% die erste Zwischenphase. Man wird dann hier eingeteilt für die Runen, wenn man mit Wiegauchen spielt. Ich bin jetzt hier für die sechste Rune eingeteilt. Und das Wichtige ist, ihr dürft nicht in die Nähe dieser Ads kommen, denn die vercasten, die casten Verzweiflung. Und davon dürft ihr euch nicht treffen lassen, sonst macht das einfach massiven Damage. Und das Schwierige an dieser Zwischenphase ist es halt, dass man diese Runen rechtzeitig reindreht. Aber es ist eigentlich relativ easy auch, weil man hat genügend Zeit, diese Runen reinzudrehen. Also lasst euch ruhig ein bisschen mehr Zeit. Ihr müsst da wirklich nicht hetzen. Und vor allem dürft ihr nicht eure Mitspieler mit diesem Beam, der in die Mitte hier geht, grillen. Also ruhig, Mann, wenn ihr seht, wenn in der Mitte von euch Spielern Ticken vor euch sind, wartet einfach einen Moment, damit ihr eure Mitspieler nicht tötet. Und selbst wenn ihr da einen Moment wartet, habt ihr genügend Zeit. Ihr habt da echt keinen Stress. Außer vielleicht einen schlechten Spawn. Aber normalerweise hat man da keinen Stress. Und deswegen, ja, einfach reindrehen die Runen und dann ist gut. In der zweiten Phase passiert eigentlich nicht so viel, außer dass auch wieder Bomben kommen. Jetzt hier eine Bombe auf mir. Ihr seht es aber, ich habe es instant geeisblockt. Als Mage könnte man wieder schummeln und das einfach wegblocken. Und das explodiert dann auch nicht. Es verschwindet einfach. Und es kommt einfach überhaupt nicht. Deswegen ruhig euren Eisblock benutzen. Weil wenn man Frostmage hier spielt, ganz nice, wenn man zwei Eisblöcke zur Verfügung hat. Und dadurch kann man dann auch mehr Damage machen und durchtunneln. Ja, Schatten des Schicksals, das sollte man halt immer aslouren, das Tank-Ed. Das Tank-Ed darf niemals den Tank erreichen. Der Tank muss da gut kiten. Jetzt hier wieder runen. Hier müssen wir schnell rein. Ihr seht, ein fettes Schwert ist hier drüber. Das bedeutet, dass es hier meine Rune ist. Hier muss ich drinnen stehen und kein anderer. Jeder sieht für sich dieses fette Schwert darüber, wo er halt hin muss, in die jeweilige Rune. Und wenn da halt mal in irgendeiner Rune keiner drinnen steht, dann ist Instant Vibe, dann ist einfach One-Shot und dann ist es vorbei. Also ihr müsst eure Runen schnell treffen. Ihr müsst dann alle Zauber abbrechen. Ihr müsst sofort zu diesen Runen reinsprinten und reinlaufen, damit euer Raid nicht vibet. Und jetzt kommt das nächste Tank-Ed hier wieder mit Bomben zusammen. Das ist jetzt hier ein bisschen eine schwierige Phase des Kampfes, weil hier alles zusammenkommt. Es kommen Ads, es kommen Bomben und es kommen Strahlen. Diese Strahlen, die müsst ihr halt auch ausweichen. Und ihr weicht diesen Strahlen eigentlich immer aus, wenn ihr euch einfach ganz nah dran an einem Strahl dran stellt, dann weicht ihr eigentlich immer ganz easy aus. Also kein Grund, sich da treffen zu lassen, außer vielleicht beim ersten Mal. Und ja, dann noch schnell hier die kleinen Ads töten. Dann gaten wir hier rüber mit einem dämonischen Portal vom Hexenmeister, weil wir es einfach so gemacht haben, dass wir immer bei Grün uns zusammenfinden in der Zwischenphase. Und ja, es müssen andere Leute die Runen machen. Es müssen immer andere Leute Runen machen. Es ist nicht immer gleichmäßig eingeteilt. Es ist immer Zufall. Ich zum Beispiel kann jetzt in dieser Phase keine Runen bewegen, weil ich keinen Debuff habe. Ich bin quasi nicht vom Boss dafür zugelassen, dass ich Runen machen darf. Deswegen muss ich jetzt hier Damage machen auf die Ads. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil Frostmatch ist ziemlich gut für diese Ads. Die müssen auch relativ schnell sterben in dieser Phase hier. Ganz, ganz wichtig. Und hier kommt auch ordentlich Damage rein. Hier ist auch schon das eine oder andere schief gegangen. Aber ja, ansonsten muss man einfach hier hoffen, dass alles gut geht, dass alle Leute dadurch kommen, alle Runen reingebracht werden. Und ja, haben wir geschafft. Und jetzt beginnt quasi die letzte Phase. 40% hat der Boss noch. Und jetzt kommen theoretisch nochmal Runen. Aber bei unserer Taktik ist es so, dass wir keine Runen mehr spielen werden, sondern wir werden gleich ein Blatt lassen. Erstmal kommen auch hier die Bomben. Und die sollte man nochmal möglichst gut ablegen, nicht in die Gruppe rennen. Ihr seht, jetzt werde ich hier voll reingerannt, wurde hier in mich. Unlucky, das war nicht so geil. Aber egal, jetzt geht es hier rein mit Bloodlast, aka Kampfrausch. Und jetzt ziehen wir einfach nur noch auf den Boss durch, weil jetzt passiert nicht mehr viel. Jetzt ist es einfach nur noch ein Damage Race oder ein DPS Check. Jetzt kommt es halt drauf an, bei dieser Taktik sind wir schneller? Oder ist der Boss schneller? Jetzt kommen nämlich die Runen. Und die Runen musst du natürlich auch wieder theoretisch reinbringen. Außer du killst den Boss, bevor die Runen hochgehen. Ihr seht es, Time Left. Wir haben jetzt 25 Sekunden noch. In 25 Sekunden würden diese Runen dann explodieren. Und das wäre instant ein Vibe. Aber bei dieser Taktik ziehen wir einfach durch und hoffen, dass unsere DPS reicht. Mittlerweile reicht die DPS eigentlich locker, wenn alle leben und wenn alle ihre Klasse richtig einigermaßen spielen. Und vor allem, wenn alle ihre CDs ready haben und mit so viel Gier reicht der Damage locker. Ihr seht es, noch 4 Sekunden, 3 Sekunden hatten wir Zeit gehabt. Also nicht so locker, aber ja, ihr seht es jetzt stellen wir nochmal alle. Aber wie dem auch sei. Ja, der Boss ist eigentlich relativ easy. Ein bisschen unglückliche Mechaniken manchmal dabei. Wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, könnt ihr es gerne noch liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.